Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin es, Sabrina Firelord, diese Woche vom zweiten deutschen Server, Atemstar. Es dreht sich in diesem Video diesmal alles um das weiße Wipf-Shirt, was ich hier gerade trage. Dieses weiße Wipf-Shirt ist auf Spielerlevel 1 benutzbar. Es hat ein Reiten, ein Springen und einen Befehlsocker drauf, also für Anfänger super gut geeignet, die noch keine Ausrüstung haben. Dieses weiße Wipf-Shirt bekommst du, indem du den Gutscheincode SSO-Shirt eintippst. Richtig gehört, SSO-Shirt. Tippst du auf der Star Stable Online-Seite ein, wenn du dich eingeloggt hast unter Gutscheincodes. Und dann bekommst du per Post dieses tolle weiße T-Shirt. So, dieses kleine informative Video war dafür da, um den Gutscheincode noch in Erinnerung zu bringen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass doch gern ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Video oder Livestream. Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.